mit der weder seiner eigenen blauen linie wieder über den haufen gefahren jetzt die drei situation von schubi der rettet uns vermutlich den punkt hier nochmal schussversuch die gibt es doch überhaupt zu können mit platz wird das 2 zu 0 in der im zweiten drittel durch den verteidiger durch chris schöner turn-over aber gut verteidigt vor team lächer aber hier täuschen mich und hat es ist der treffer ganz stark gespielt so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020